Hallo meine lieben Leute, ich bin's und ich wollte in diesem kurzen Video nur sagen, dass bald auch ein Abospecial kommt und dass ich total schockiert bin, dass wir so viele Abos geschafft haben. Sorry, dass ich mich nicht gemeldet habe, das ist genau derselbe Grund wie bei Elfes Blume, falls ihr ihr Video gesehen habt. Und ja, wir sind in derselben Klasse und total gut befreundet und wir haben eigentlich dieselben Grund, deswegen der Schule. Und bei mir hat sich auch in einem Tag etwas sehr doll geändert. Wir haben in letzter Zeit, also wir haben bald auch ganz viele Klassenarbeiten und wir haben zwei Projekte am Start und ja, die machen wir zusammen. Und ich bitte um euer Verständnis, dass in letzter Zeit keine Videos kommen, weil das halt ein bisschen anstrengt. Und ja, wundert euch halt nicht, mein Akku ist leer und ich hab hier keinen Blitz und naja, es ist abends. Ja, auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dass ihr Verständnis haben solltet, weil das... Bei uns ist schon lange die Schule losgegangen, schon seit drei Wochen und das ist total scheiße. Ja, Abo-Special kommt bald und wir wollten vielleicht eine Serie starten oder ich wollte eine Serie starten, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall wollte ich denen auch hier noch sagen, gute Nacht, weil jetzt noch niemand schläft und ja, jetzt will ich auch schlafen. Ciao. Ciao. Ciao.